Ihr hier verwendet das langsamste Team der Welt in FIFA. Joa, gut, die Permerte-Sackers dieser Welt versammeln sich und machen sich bereit für einen Einsatz. Let's go! Scheiß drauf, Leute, im Tempo. Völlig wurscht, aber guck mal mal. Wer kann nicht laufen? Ich sag 14 Tempo. 15. War ich mit 14 gut dabei, 15 Tempo? Ja, mehr würde ich auch nicht. Vor allem ist es halt ein 51er Torhüter, der keine Chemie bekommen hat. Das ist toll. 28 Pace schreckt mich gar nicht so. Oder gab es schon FIFA, wo so 22 die Benchmark war. 28 war so Permerte-Sackers Standard-Tempo. Das ist im Exzent. This team as a whole has 30 Pace on average. Moving on to the right center back. 30 ist gar nicht so langsam. He has 32 Pace and he plays in the Premier League. We got Adam to the team. Welcome to the squad. 32 Tempo, das ist doch, das geht doch. Das ist doch gar nicht so langsam. Ja, Chemie sieht schon mal gut aus. Bronze, Bronze, Gold und kein Tempo. Und keine Chemie. Moving on to the right back. Poole, Huntington. Moving on to the left back. 30 Pace, Maric. Ja, okay. Aber da hätte man zumindest einen Rechtsverteidiger oder einen Linksverteidiger spielen. Ach so, ja, okay. Aber sonst müsstest du ja wirklich auf jeder Position einfach... Wen lässt du da auf dem Flügel spielen, bitte? Was, Gell? Auch 28 Tempo, also ebenfalls langsam. Oh no! Oh no, 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 no. Ja, injury prone. Und Leadership, ja gut, sieht auch aus wie 40, irgendwo sowas. Ja, okay. Ist auch heiß. Mark Noble? Mark Noble, natürlich. 75er Non-Rare, one of the better players. Ja, der wisst ihr schon. Oh, der bekommt sogar Chemie hier vom Rechtsverteidiger. Miura, Miura. King-Kazu, logisch. King-Kazu, logisch. I'll open a special pack and discard the player. I've got to have King-Kazu, man. Natürlich, King-Kazu. King-Kazu, welcome. Partnering up with Kazoo in the left wing. Bekommt hier auch wieder King-Kazu. Nice. Not another one? Not another one? I've spent over 15K on this team, which has 30 Pace. What's going on? 23, 28. Aber ist auch wieder, ist halt auch wieder Stürmer, ja. Wäre ja noch geiler mit dem linken Flügel, wäre noch cool. Pack, we'll be the one that goes on our team. We're gonna do a reveal. Starting off with the first player. Oh, we started off on a 78. Decent, Gelsson Martins. Who's next? Mollet. Oh no, this isn't good. He's 78. Oh, there's a team of the week. Kevin Woller. This could be good. Oh, this is team of the season. This is the last player. Nübel hat ein Team of the week. I like, I like. Mark Nübel. I like seinen Nübel. In my opinion, we've taken a double. However, we have to add the slowest player to our team. 98. Oh, sieht geil aus. Terrier. Terrier, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Bakamu, 90er. We're now going to go into a game with the slowest team on FIFA. For every goal we score, we get to upgrade one of these players with a fast player. Ja, guck da mal. Oh, he's so slow. Our fastest player. Er zieht durch. Oh, er nimmt, er nimmt hops. Er zieht durch, er nimmt hops. Er zieht. Ging ja easy peasy. Let's go. Idris Zagana gay. Let's go. I feel like it's only fair we upgrade him. Alright, so we're going to head over to Footbin to decide this player. And we're going to go for the first player that appears in the right wing position. Uh, Angel Di Maria. 99 pace. This actually looks like a really good card. So, for 190... Einfach von 69 pace und falsche Position auf... Ja, Angel Di Maria mit 99 pace geht. Let's go to the squad. Stop. Wie nennt man sowas? Oh my god, that's LaCroix. That's LaCroix. Di Maria. Di Maria. Let's go. Oh, denied. No, okay, he just sweated it. This guy just sweated it against a 30 pace team. I'll do it, mate. Ja, musst du, ne? Hilft dat nix? King Kazoo macht's. King Kaz, please. King Kaz. Nope. Kaz. Let's go. King Kazoo. Der Gott himself. King Kazoo. I won't be choosing the fastest left winger. These eight packs we'll choose. We could get Mbappe right here. Oder nen Deuter. Can we get Mbappe here? No. Jumbo Players Pack. There's a high chance we get someone good. Oh! Oh my god, French. Legende. No way we just got Icon. 83er. Ist ja okay. Ohne Spaß. FIFA 23, Freunde. Ich glaub, ich bin dabei. Und dann werden wir auch solche Videos machen. Seid gespannt. Guck mal. Aber? Let's go. Oh, der sah aus, als wäre er ungefähr 15 Kilometer daneben. Aber er ging fast sogar nicht. Oh, schon wieder. Oh, no, 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 no. Hello, darkness my own friend. I don't care. Give me the upgrade. Okay, so the next player we're gonna upgrade is the left wing. We're gonna use Footbin again. We're gonna quickly put in a random number generator. Ah, wieder ein linker Flügel. Achso, linker, rechter Flügel war ja die Maria. Come on! What to go! Zwei sogar. Ja, klar, war wieder außerhalb. Oh, no. Reina. And we also have these numbers up. Wow, Felix. Ah, wie viele geile, kranke Karten es mittlerweile eigentlich so in den FIFA-Seilen gibt. Das ist irre. Haha, VAR, was sagt er? Ah, mein Neib. Schade, Charade. Und danach gleich rausgegangen aus der Partie. Ehrenhaft. Ja, für den Gegner? Den voll. Oh, lauter, lauter 99er. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Ja, logisch. Mal probieren. Easy. Ja, vom langsamsten zum schnellsten. Das, das kann man so machen. Das ist gut. Übrigens, ein schönes Tor. Ja, recht viel mehr gibt es dann auch nicht mehr. La Croix. Ist gut geschnitten übrigens. Gefällt mir. Gefällt mir vom Stil. Wird euch dieser Stil gefallen? Wie gesagt, FIFA-Videos, FIFA 23 ausschalten. Na, vielleicht sogar schon FIFA 2. Wer weiß, wer weiß, gell? Kann man nicht wissen. Schmackhaft. Ja, und jetzt... Ja, das sieht schon etwas besser aus als am Start. Aber nur 75 Kimi und der Name stimmt jetzt auch nicht mehr so ganz. Fastest Team. Meine Güte. Wenn euch das Video gefallen hat, guckt euch das Video hier noch an. Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.